Solche Grafiken erstelle ich mit dem Autodesk und das erkläre ich kurz, wie man das macht, so ähnliche Zeichnungen. Also das ist, mal schließen, das ist diese App Autodesk Sketchbook. Gibt sicher ähnliche Apps, die ähnlich gut sind. Bin heute nur zufällig auf die gestoßen, sehr zufrieden. Ich beginne, ich kann hier diese Layers ausblenden, die Farbe ausblenden. Ich beginne mit einer Vorzeichnung, die schaut so aus. Die zeichne ich natürlich erst einmal schön kräftig und dann kann ich hier draufklicken und kann sie blass machen, damit im nächsten Schritt, wenn ich im nächsten Schritt hier die Schwarzzeichnung hinbekomme, die zeichne ich dann. Dann nehme ich hier so einen Stift, da gibt es links die Stifte, schön 100% und nicht zu klein. Und ich zeige das mal an einer neuen Folie und dann kann ich hier so rumzeichnen. Ich kann alles Mögliche machen. Dann als Nächsten ausblenden und dann kommt die Farbe. Bei der Farbe mache ich, also ich persönlich mache es gern blass und groß und farbig und dann kann ich hier ein bisschen Akzente setzen. Es gibt auch da oben ein Füllwerkzeug, brauche ich nicht. Der Hintergrund würde sich auch ausblenden lassen, dann könnte man die fertige Zeichnung irgendwo reinsetzen. Da muss man aufpassen, dass man aber nicht vergisst, irgendwie auch die Hose komplett auszumalen, sonst ist es ja durchsichtig vielleicht ein bisschen blauer und so, genau. Und dann kann man diesen Leer auf irgendeinen Hintergrund setzen. Was ich jetzt noch interessant finde, ist die Möglichkeit, Bilder einzufügen. Ich habe jetzt eine neue Folie gemacht, damit ich da die Zeichnung nicht störe und füge ein Bild ein. Das muss vorher irgendwo runtergeladen worden sein. Ich nehme hier ein Foto. Genau, das hier. Und das will ich anpassen. Das soll auf die Tafel. Ich erwische den Punkt schwer. Geht's? Ja, ich schaffe es. Also, und dann kann ich den wirklich so perspektivisch, kann ich dieses Foto so da reinbauen. Und dann kann ich aus der Tafel, so, fertig. Aus der Tafel wird ein Fernseher, wenn ich den Pythagoras jetzt noch wegradiere. Man könnte das Foto auch nutzen, um abzupausen. Also, ich gehe wieder auf das Foto, mache es schön blass. Dann gehe ich auf die nächste Folie, nehme einen Stift. Natürlich wieder schön schwarz und schön dünn. Und dann könnte ich hier die Steine abpausen, was noch ein bisschen, was bei Steinen natürlich langweilig ist, aber vielleicht komplizierte Gegenstände könnte man hier ein Foto hinterlegen und abpausen. Wobei ich das nicht empfehle. Es ist meistens schöner, wenn man es einfach freihand versucht. Und da am Schluss eben hier auf Teilen klicken. Teilen, dann kann man es speichern. Und bei anderen kann man dieses dann exportieren und verwenden. Sich per E-Mail schicken auf irgendeine Cloud hinladen und fertig. Die anderen Werkzeuge einfach ausprobieren. Man kommt schnell zu Ergebnissen. Es lohnt sich auch, wenn man fünf ähnliche Zeichnungen hat, bei denen immer nur eine Person sich ändert, weil man was erzählen möchte. Dann kann die wieder, man hat hier mehrere Möglichkeiten für Layers. Jetzt kann man hier was ändern. Jawohl.